Hallo zusammen, mein Name ist Wenziga, ich bin im ersten Lehrjahr Fachfrau Hauswirtschaft im Kantonsspital Aara und ich möchte euch heute einen Teil von unserem Beruf zeigen. Kommt mal mit! Wir bedienen Gäste, Patienten und Kaisermitarbeiter in unserem Restaurant im Le Clou. Beim Catering decken wir den Tisch und dekorieren den Saal. Unsere Beruf ist sehr vielseitig. Wir machen jeden Tag etwas anderes. Wir arbeiten viel im Team und haben auch viel Kontakt mit den Leuten. Wir sind zuständig, dass KSA-Mitarbeiter immer frische Arbeitskleider haben und Stationen wie auch Ops Notfallverschiedene Wäsche bekommen. Wir sind für Sauberkeit und Ordnung im Spital zuständig. Wir reinigen unter anderem Patientenzimmer, Büros und Aufenthaltsräume. In der Küche unterstützen wir die Köche, aber können auch einfache Gerichte selber herstellen. Auch hier helfen wir für die Zubereitung für das Catering mit, wie zum Beispiel Salattaler-Anrichten, Desserts oder Apro-Brötchen. Wir suchen Menschen mit Herz. Gehörst du auch dazu, dann bewirbt dich als Bafra Hauswirtschaft im Kartonspital Aara. realizieren Sie das Bafra Hauswirtschaft im Kartonspiegel.